Hallo und herzlich willkommen am Montagmorgen zu einer neuen Folge. Ich habe noch den R946 geladen und den fahren wir jetzt hier, weil wir mit zwei LKWs fahren. Der hat einen Maschinenwagen voll Werkzeug dabei, Fräse, Lüffel, weiß nicht was noch. Kommen wir jetzt rüber nach Ralingen an die Grenze zu Lützenburg. Da soll das Teil hin. Dann wollen wir mal los. Ich trottel habe die Kamera nicht an. Das ist wieder herrlich. Auf jeden Fall, da vorne links steht jetzt die Backe. Ich habe die Kamera nicht an. Ich bin echt so geil. Wir haben 11.20 Uhr. Ich habe gerade eine Mail bekommen. Ich fahre jetzt rüber nach Landstuhl zur Liebherr. Ich lade dort einen neuen 22 Rail. Das ist ein Radbagger für den Gleisbau. Der kann auf Schienen fahren. Und der, wie gesagt, den lade ich jetzt. Und vor dem Früh geht der hoch nach Langenhagen. So, da war der Akku leer. Ich bin hier wieder bei mir in der Halle. Jetzt hier ist der 922 Rail. Den lade ich jetzt hier vom 4-Achse ab. Stell den hier auf die 3-Achse. Die Palette auf dem Hals. Die schmeiße ich dann auch noch rüber. und auf der 50,000� da drauf. Da war es aufgedebt. Ich denke schon mal. Die Internal derてontur. Ich će jetzt zur Tür runter. Wie gesagt, klar. Wie gesagt, nein. 阿 save. Dannwerbel Outside. まぁестно, ich bin jetzt schon palmiert. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, bei den Railbugern, durch diese Schienenlaufräder und diesen Unterbau, der damit zusammenhängt, diese Aksel von den Schienenrädern, hängt ja hier dran und wird dann hier über die Hydraulik abgesenkt, das ist dann mit dem Laden, mit den Ohren hier, das ist immer bescheiden. Ja, also aufbauen, was aufzubauen geht. Ja, also aufbauen. 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 Ja. Ja. Ja, also aufbauen. Ja, also aufbauen. Vielen Dank. 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 Da ist er zu Hause, der Pappi. Yes, das war nie los. So, abgehängt habe ich schon. Jetzt muss ich natürlich gucken, da ich nur die kleinen Rampen dabei habe, aber es wird schon gehen irgendwie. War ja nicht das erste Mal. Ich muss erst mal wieder alles vorholen, dann werde ich den Pappi schon runterbringen. Irgendwie, irgendwie runtergehen. Ja, das ist ja, das ist ja, das ist ja. Okay, das ist ja, das ist ja... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Er sollte heute Morgen schon in der Nähe von Landau sein Dazu sage ich jetzt nichts Die Planung ist alles Ich habe heute Morgen um 3 Uhr angefangen Ich werde irgendwann heute wieder um 17, 18 Uhr zu Hause sein Ich muss jetzt halt schnell gehen Muss nicht, aber je schneller ich hier fertig bin, umso früher habe ich Feierabend Mein Sohn hat Geburtstag heute, ich wäre ganz heidig zu Hause gewesen Ja Gut Rufe ich meinen BF3-Fahrer an und dann rolle mal los Mal nochmal Gesamtlänge ist 25,50 Meter Im Moment Länger werde ich auch nicht Der Brecher ist nicht so lang, dass er übersteht Gut Bis gleich beim Laden Bis gleich beim nächsten Mal Bis gleich beim nächsten Mal Bis gleich beim nächsten Mal Tschüss I can see the skies I can see the skies See the sky See the sky Watch your eyes See the sky 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 See the sky